Ein Vater zog mit seinem Sohn und einem Esel in der Mittagsglut durch die staubigen Gassen von Kesha. Der Vater saß auf dem Esel, den der Junge führte. Der arme Junge sagte da ein Vorübergehender. Seine kurzen Beinchen versuchen mit dem Tempo des Esels Schritt zu halten. Wie kann man so faul auf dem Esel herumsitzen, wenn man sieht, dass das kleine Kind sich müde läuft? Der Vater nahm sich dies zu Herzen, stieg hinter der nächsten Ecke ab und ließ den Jungen aufsitzen. Gar nicht lange dauerte es, da erhob schon wieder ein Vorübergehender seine Stimme. So eine Unverschämtheit. Sitzt doch der kleine Bengel wie ein Sultan auf dem Esel, während sein armer alter Vater nebenherläuft. Dies schmerzte den Jungen und er bat den Vater, sich hinter ihn auf den Esel zu setzen. Hat man sowas schon gesehen, keifte eine schleierverhangene Frau. Solche Tierquälerei, dem armen Esel hängt der Rücken durch und der Alte und der Junge Nichtsnutz ruhen sich auf ihm aus, als wäre er ein Divan, die arme Kreatur. Die Gescholtenen schauten sich an und stiegen beide, ohne ein Wort zu sagen, vom Esel herunter. Kaum waren sie wenige Schritte neben dem Tier hergegangen, machte sich ein Fremder über sie lustig. So dumm möchte ich nicht sein. Wozu führt ihr denn den Esel spazieren, wenn er nichts leistet, euch keinen Nutzen bringt und noch nicht einmal einen von euch trägt? Der Vater schob dem Esel eine Handvoll Stroh ins Maul und legte seine Hand auf die Schulter seines Sohnes. Gleichgültig, was wir machen, sagte er. Es findet sich doch immer jemand, der damit nicht einverstanden ist. Ich glaube, wir müssen selbst wissen, was wir für richtig halten. Hallo! Heute geht es nicht nur darum, was andere von dir denken, sondern vor allem darum, warum dir das so wichtig ist. Und warum es Menschen gibt, die sich scheinbar so gar nicht darum scheren, was die anderen über das, was sie sind und tun, denken. Du erfährst von mir, wie du dich von den Erwartungen anderer freimachen kannst und warum das sehr gesund für dich und dein weiteres Leben sein wird. Es war einmal ein Mann namens Rogers. Er war Amerikaner und lebte von 1902 bis 1987. Er wuchs als viertes von sechs Kindern bei streng religiösen Eltern auf. Als Kind flüchtete er sich oft in Bücher, las sehr viel und studierte schließlich Theologie. 1922 nahm er im Zuge seines Studiums an einer christlichen Studentenkonferenz in China teil. Er war sechs Monate unterwegs und löste sich schließlich von den strengen Glaubensansichten seiner Eltern. Die waren natürlich überhaupt nicht begeistert davon und so hing der Haussegen ganz schön schief. Aber Rogers studierte weiter. Besonders interessierte ihn der Fachbereich Erziehung und so promovierte er 1931 und arbeitete schließlich als Psychologe für eine Gesellschaft, die sich für die Bildung und den Schutz für Kinder vor körperlicher und seelischer Gewalt einsetzte. Zwölf Jahre arbeitete er dort und stellte in zahlreichen Sitzungen mit seinen Patienten verwundert fest, dass diese meistens selbst ein sehr gutes Bauchgefühl dafür hatten, wo die Wurzel ihrer Probleme lag, was ihnen helfen könnte und welche Richtung einzuschlagen wäre, damit es ihnen besser ginge. Er beobachtete seine eigene Herangehensweise und die seiner Kollegen im Umgang mit den Patienten und schlussfolgerte, dass die Patienten, die das Gefühl hatten, dass sie von ihrem Psychologen verstanden und nicht belächelt wurden, egal welche Gefühle, Wünsche oder Vermutungen sie äußerten, dass diese Patienten nach einer Weile viel mutiger wurden und motivierter waren, ihre Probleme anzugehen und ganz allein zu lösen. Das war natürlich ein viel nachhaltigerer Ansatz als alles, was vorher da gewesen war. Denn wenn der Patient immer nur gesagt bekommt, was er tun soll, muss er ja immer wieder zum Psychologen zurück und sich neue Ratschläge holen. Wenn er aber lernt, auf sich selbst und seine Bedürfnisse sowie seine Intuition zu hören und die Lösungen für seine Probleme in sich selbst zu entdecken, so wird er das sein Leben lang nutzen können und nicht mehr abhängig sein von den Ratschlägen seines Therapeuten. Ich weiß, du willst ja kein Psychologiestudium mit meinem Podcast machen, sondern wissen, was denn nun die anderen über dich denken. Also warum erzähle ich dir das alles? Schau mal, die Frage, die sich mir stellt, während ich dir das hier erzähle, die Frage, die sich vielleicht auch dir stellt, ist die. Warum wissen die Menschen tief drinnen so gut, was sie brauchen, was die Wurzel ihrer Probleme ist und was ihnen gut täte und brauchen trotzdem einen Therapeuten? Sie könnten doch einfach das machen, was ihnen hilft und dann glücklich damit sein und zack, fertig. Oder nicht? Was hindert sie? Was hindert dich daran, einen guten Draht zu dir selbst zu haben und einfach zu machen, wonach dir gerade der Sinn steht? Warum lässt du dich nicht krankschreiben, wenn du eigentlich völlig im Eimer bist und Ruhe brauchst? Warum kannst du den Haushalt nicht einfach mal Haushalt sein lassen, wenn du eigentlich chillen willst? Warum kündigst du deinen belastenden Job nicht und gehst irgendeiner weniger stressigen, verantwortungsärmeren Tätigkeit nach, obwohl du den Druck schon so lange nicht mehr aushältst? Warum hast du so oft das Gefühl, du weißt, was du jetzt brauchst, aber das Umsetzen ist unmöglich, weil es nicht in deine Realität, dein momentanes Leben passt? Und warum betrifft all das auch wieder so viele Menschen? Genau wie das Burnout? Das hat sich Rodgers auch gefragt. Und nach Jahrzehnten, in denen er mit Kindern gearbeitet und viel Zeit hatte, sie zu beobachten, machte er folgende Entdeckung. Jeder Mensch wird geboren mit völlig unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Die einen fangen früher an zu laufen als ihre Altersgenossen, die anderen mitsprechen. Im Verlauf ihrer Kindheit entdecken Kinder und manchmal auch deren Eltern weitere Stärken. So sind manche eben besonders gut im Rechnern, andere wiederum im Basteln, im Schreiben oder Klavierspielen. Und in der Regel sind es die Sachen, für die sie ein Händchen haben, die Kindern von Anfang an mehr Spaß machen, für die sie sich am meisten interessieren und in denen sie von selbst ihr Können immer weiter ausbauen und ihr Bestes geben wollen. So, nun hat Rodgers ja wie gesagt sehr, sehr lange in diesem Bereich gearbeitet. Er konnte seine kleinen Patienten beim Erwachsenwerden begleiten und beobachten und stellte verblüfft fest, die Kinder, die von ihren Eltern geliebt wurden, wie sie eben waren, die sich ausprobieren durften, die ihren Neigungen nachgehen und sie irgendwann sogar professionell weiterentwickeln durften, indem sie Schreiner oder Pianist oder Mathelehrer wurden zum Beispiel und von ihren Eltern von klein auf an gelobt und unterstützt wurden. Wenn sie taten, wonach ihnen war und was ihnen gut tat, wurden später zu Erwachsenen, welche keine Probleme hatten, ihr Bauchgefühl wahrzunehmen und, wenn nötig, rigoros Entscheidungen zu treffen, um ihr Wohlbefinden sicherzustellen. Sie waren erfüllt in ihrem Dasein. Sie waren selbstsicher in dem, was sie taten und in der Bewertung ihrer eigenen Leistung. Sie hatten ja viele Jahre Zeit gehabt, sich in ihrem Talent auszuprobieren, sich selbst zu fordern, ihre Grenzen zu erfahren und sich einschätzen zu lernen. Kurzum, sie wurden zu zufriedenen Menschen. Und dann gab es da die zweite Gruppe. Auch diese Kinder wurden, wie jedes Kind, mit Stärken und Schwächen geboren. Auch unter ihnen gab es jene, bei denen sich schon früh ein schauspielerisches Talent, ein besonders gutes technisches Verständnis oder eine außergewöhnliche Einfühlsamkeit abzeichnete. Aber diese Kinder hatten, genau wie Rogers selbst, Eltern, die ihnen bestimmte Sichtweisen und Ideale aufzwang. Und da diese Kinder zum Beispiel erfolgreiche Anwälte, Ärzte oder eben besonders gute Christen werden sollten, interessierte die Begabung und der Wunsch, diese auszuleben und weiter auszubauen, niemanden. Außer natürlich das Kind selbst. Aber wer ein außergewöhnlich guter Anwalt werden soll, muss früh anfangen, sagten sich die Eltern dieser Gruppe und erbanden die natürlichen Bestrebungen ihrer Kinder und zwangen sie quasi stattdessen, in anderen Bereichen Leistungen über dem Durchschnitt zu erbringen, koste es, was es wolle. Das waren Eltern, die ihrem Kind vermittelten, dass sie enttäuscht waren, wenn es ihre Vorstellungen nicht erfüllte und einfach nur das tun wollte, womit es sich eben wohlfühlte und es dann sogar mit Nichtachtung oder Schlägen straften. Und das gibt es leider auch heute noch. Manche Kinder sind noch nicht mal geboren, da wissen ihre Eltern schon, dass aus ihnen einmal erfolgreiche Anwälte oder Ärzte werden sollen. Die Kinder aus dieser Gruppe wurden im Erwachsenenalter häufig auch überdurchschnittlich erfolgreich in ihrem Beruf. Aber sie waren trotz ihrer Erfolge ständig geplagt von zermürbenden Selbstzweifeln, Depressionen und anderen psychischen Symptomen und konnten sich einfach nicht dazu durchringen, ihrem Bauchgefühl nachzugehen und ihr Leben so zu gestalten, wie es ihnen vielleicht besser getan hätte. Sie folgten verbissen den Vorgaben ihrer Eltern, ihrer Vorgesetzten und auch gesellschaftlichen Idealen, selbst dann, wenn es sie gesundheitlich, im Familienleben oder anderweitig massiv beeinträchtigte und sie sich unwohl fühlten damit. Rogers begann sich zu fragen, warum diese zweite Gruppe sich von den Erwartungen anderer auch im Erwachsenenalter nicht lösen konnte. Immerhin kann man ja tun und lassen, was man will, wenn man das elterliche Nest einmal verlassen hat. Er muss sich lange das Hirn zermattert haben. Aber irgendwann fiel ihm etwas auf. Es gibt etwas, was den Menschen von den meisten anderen Säugetieren unterscheidet und worin er die Wurzel des Übels erkannte. Der Mensch ist für viele Jahre nach seiner Geburt auf seine Eltern und seine Sippe angewiesen, damit er überlebt und überhaupt irgendwann erwachsen werden kann. Die meisten Säugetiere sind, ich nenne es mal, fast fertig, wenn sie nach ein paar Wochen oder Monaten aufhören, Muttermilch zu trinken und anfangen, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Sie sind vielleicht noch etwas unerfahrener als ihre erwachsenen Artgenossen, aber sie können in der Regel ihr Futter selber finden und abhauen, wenn ein Raubtier sich anschleicht. Nicht so der Mensch. Selbst vier, fünf, sechs Jahre nach seiner Geburt ist er noch zu klein und unausgereift, als dass er ohne Hilfe sein eigenes Überleben absichern könnte. Er ist also, wie gesagt, darauf angewiesen, dass andere, meist die Eltern und ihr Umfeld, ein Interesse haben, ihn durchzufüttern und zu beschützen, bis er groß und stark ist. Und warum tun ihre Eltern und ihr Umfeld das? Woher die Motivation, Kinder durchzufüttern und zu beschützen? Es ist die Liebe. Das hat die Natur geschickt eingefädelt. Und der wichtige Umkehrschluss, den Roger Sets zog, lautete, wenn ein Kind merkt, dass die eigenen Eltern sich abwenden, entsteht in ihm instinktiv Todesangst. So, und wenn dein Überleben davon abhängt, wirst du bereit sein, alles zu tun, was von dir verlangt wird, auch wenn das bedeutet, dass du deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse unterdrücken musst. Wenn deine Eltern dich dafür bestrafen, dass du nicht das bist, was sie wollen, wirst du dich dem beugen müssen. Und du wirst sie beobachten, ihre Wünsche, ihre Erwartungen, ihre Ängste und so weiter. Du wirst lernen müssen, dich außergewöhnlich gut einzufühlen in die Menschen, von deren Gunst dein Überleben abhängt, damit du weißt, wie und was du sein musst, damit dein Umfeld zufrieden ist und sich weiter um dich kümmert. Und auch dein Unterbewusstsein lernt fleißig mit und speichert ab, dass diese Welt ein Ort ist, an dem das, was du denkst, fühlst, dir wünschst, leider keinen Platz hat. Dass du in dieser Welt nur gut durchs Leben kommen kannst, wenn du früh erkennst, was andere von dir erwarten könnten und es dann ganz schnell umsetzt, damit sie dich weiterhin mögen. Du lernst, dass du immer einen Grund, einen Vorteil liefern musst, damit sich dir jemand widmet. Und du verlernst es, selbst zu beurteilen, ob du findest, dass du etwas gut gemacht hast oder nicht. Und du lernst, dass du nicht einfach liebenswert bist, so wie du bist, denn du bist nicht genug. Niemals. Und weil das jetzt ganz schön viel Input war, lass mich dich mit auf eine kleine Reise nehmen in die Zeit, in der es mich das erste Mal allein nach Indien verschlagen hat. Ich selbst bin aufgewachsen mit unheimlich vielen Erwartungen von außen. Dies betraf nicht nur meine Leistungen, es betraf auch mein Äußeres. Sätze wie, jetzt schau mal, der Jan macht die gleiche Aufgabe wie du so viel besser. Oder, was sollen die anderen von dir denken? Oder, hör auf zu weinen, die Leute gucken schon ganz komisch. War in einer Tagesordnung. Die Erfüllung von fast jedem meiner Wünsche war immer an Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel ein besseres Benehmen, bessere Noten und so weiter. Als ich ins Teenager-Alter kam, setzten mir die Hormone ordentlich zu. Ich hatte sehr viele, sehr schlimm entzündete Pickel im Gesicht, auf dem Rücken und dem Dekolleté. Ich schämte mich, so wie wohl die meisten Teenies, und probierte, unterstützt von meinem Umfeld, dem die ersten Pickel schon viel früher aufgefallen waren als mir selber, alles Mögliche aus, um die Biester loszuwerden. Aber nach unzähligen Cremes, Peelings, Gesichtswassern und schmerzhaften Kosmetikbehandlungen wurde ich des Themas überdrüssig. Jeder weiß, auch die schlimmste Pubertät geht irgendwann vorbei. Und so wollte ich aufgeben und das Ganze einfach aussitzen, bis ich 18 oder 19 werden würde und das Problem sich von selbst gelöst hätte. Mehr als ich jedoch schämte sich mein Umfeld für mein Hautbild. Und so ging die Tortur weiter. Über regelmäßige Hautarztbesuche mit Säurebehandlungen, dem Verschreiben starker Antibabypillen, Antibiotika-Einnahmen, Bestrahlungen und so weiter und so weiter. Nichts half. Und immer wenn ich einfach nur aufhören wollte, wurde mir gesagt, wie eklig ich aussehe und dass ich so auch keine Ausbildungsstelle finden würde, da jeder Arbeitgeber schon im Vorstellungsgespräch angewidert wäre von mir. Und so begann ich irgendwann, das Make-up für mich zu entdecken und dass ich damit alles verstecken konnte. Ich begann, mich jeden Tag ausgiebig zu schminken und nur noch Rollkragenpullover zu tragen. Irgendwann war das Gröbste überstanden. Mein Hautbild besserte sich. Ich war volljährig geworden und kurze Zeit später zog ich nach Berlin. Ich begann langsam damit, Dinge auszuprobieren, die ich wirklich ausprobieren wollte. Niemand war mehr da, um mein Tun ständig zu überwachen und zu bewerten und ich fühlte mich besser. Nur das starke Schminken konnte ich nicht lassen. Ich wäre nicht mal ungeschminkt zum Müll runtertragen rausgegangen. So tief saß immer noch die Angst vor der Ablehnung der Umwelt. Ich verliebte mich, ich hatte Freunde und ich stellte sicher, dass ich entweder nie bei ihnen übernachtete, damit sie mich am nächsten Morgen nicht ungeschminkt sehen konnten. Oder ich stand früh heimlich und leise auf, um mich ins Bad zu schleichen und mich zu schminken, bevor mein Liebster wach werden und mich ohne Make-up sehen konnte. Und hier möchte ich nochmal betonen, wie anstrengend und traurig das ist, wenn du glaubst, dass du so, wie du bist, nicht in Ordnung bist. Wenn du glaubst, das, was du bist, verstecken und kaschieren zu müssen. Und wie sehr dich das in deinem Alltag und dein ganzes Leben lang einschränken kann, immer den eventuellen Erwartungen anderer gerecht werden zu wollen. Keiner meiner Freunde hätte mich abgewertet oder verlassen, wenn er mich ohne Schminke gesehen hätte. Aber die Angst und die Überzeugung, ohne Schminke nicht gut genug zu sein, saßen einfach zu tief. Und ich war bereit, das gemeinsame morgendliche Erwachen, ein romantisches Frühstück im Bett und alle Leichtigkeit einzutauschen. Nur um ein Bild gerecht zu werden, was mir irgendwann eingetrichtert wurde und von dem mir nicht auffiel, dass es längst nicht mehr aktuell war. Und dann kam Indien. Ich hatte mich ein Jahr lang auf die Reise vorbereitet. Reiseführer gewälzt, Impfungen machen lassen, ein Moskitonetz und Reiseschlafsack gekauft und vieles mehr. Vier Wochen vor der Reise begann ich, meinen Rucksack zu packen. Es war kein klassischer Rucksack, sondern eher ein Rucksack in der Größe eines Schulranzens. Schnell wurde klar, dass das, was ich mitnehmen konnte, sehr begrenzt war. Und da man in Indien vieles eventuell zum Überleben braucht, Wasserreinigungstabletten zum Beispiel oder Malariamittel, Moskitospray, Verbandszeug etc., blieb kein Platz für Klimbim. Da war Platz für ein Seifenstück, Platz für eine Zahnbürste, ja. Aber kein Platz für Deo, Parfüm, Bodylotion, Conditioner und schon gar nicht für meine Schminkkiste. Was sollte ich tun? Der Flug war gebucht, die Reisevorbereitungen abgeschlossen und alles unwiderruflich bezahlt. Es gab kein Zurück mehr und alles, was mir übrig blieb, war, damit zu leben und aufzubrechen in ein fremdes Land, ohne Schminke, von dem ich vorher schon wusste, dass ich ständig angestarrt werden würde, einfach nur aufgrund meiner hellen Hautfarbe. Aber ich schlug mich eigentlich ganz wacker. In den ersten Tagen war ich so mit Indiens Trubel beschäftigt, dass ich mein nacktes, ungeschminktes Gesicht erst mal vergaß. Nur der Sonnenbrand auf den Augenlidern erinnerte mich hin und wieder daran, denn der entstand, weil meine Haut an manchen Stellen über Jahre kein Sonnenlicht abbekommen hatte, aufgrund der dicken Schminkschicht. Nach ein paar Wochen in der Sonne besserte sich mein Hautbild und ich sah nicht mehr so blass und ungesund aus, wie man eben aussieht, wenn mehrere Jahre keinen Sonnenstrahl die Haut erreicht hat. Eines Tages machte einer der anderen Reisenden, die ich dort getroffen hatte, ein Foto von mir. Als ich es mir ansah, war ich gleichermaßen entsetzt und berührt. Die junge Frau, die mich darauf anstrahlte, war genau das, was ich mir immer gewünscht hatte zu sein. Unbekümmert, zufrieden und umwerfend, natürlich, schön. Und damit auch du dich etwas von den Erwartungen deines Umfelds freimachen kannst, habe ich jetzt noch ein paar Tricks und Kniffe für dich vorbereitet. Erstens, führe dir vor Augen, wie viel Zeit und Energie es dich täglich kostet, darüber nachzudenken, was andere jetzt von dir erwarten könnten. Die sind auch erwachsen und wer was will von dir, kann seinen Mund aufmachen. Das ist nicht deine Verantwortung, jedem alles von den Augen abzulesen. Vielleicht arbeitest du in Vollzeit, hast Kinder, hast Eltern, die deine Hilfe brauchen, ziehst gerade um, hast eine neue Zusatzausbildung angefangen, was auch immer. Wahrscheinlich bleibt dir nur sehr begrenzte Zeit, über die du frei verfügen kannst. Willst du diese wenigen Momente wirklich damit füllen, über andere zu grübeln, Selbstzweifel zu haben? Brauchst du die nicht ganz dringend für dich selbst und für gute Energie? Und wenn ich dich damit noch nicht überzeugt habe, wie wäre es mit folgendem Argument? Auf unserer Erde leben rund acht Milliarden Menschen. Wenn jeder anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, was alle anderen von ihm wollen könnten, dann wären wir beschäftigt mit dieser Frage bis an unser Lebensende. Willst du am Ende deines Lebens zufrieden mit deinem Leben sein? Oder willst du am Lebensende sicher sein, dass du dein ganzes Leben damit verbracht hast, so viel wie möglich über die Bedürfnisse anderer herauszufinden und diesen gerecht zu werden? Es ist deine Aufgabe, zu sagen, was du fühlst, was du brauchst, was du dir wünschst. Das kann kein anderer außer dir wissen. Und es ist die Aufgabe jedes Einzelnen um dich herum, das Gleiche zu tun. Hör auf zu mutmaßen und vertraue darauf, dass dein Umfeld dir schon sagen wird, wenn es etwas will. Und tu das Gleiche. Die anderen können nämlich auch nicht wissen, was du möchtest. Und es ist auch nicht ihre Aufgabe, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Wenn du etwas vollendet hast, einen Neuanfang wagen willst, einen neuen Klamottenstil ausprobieren oder was auch immer machen willst, frage immer zuerst dich selbst, wie du das jetzt findest. Findest du, dass du deine Aufgabe gut gelöst hast? Findest du, dass ein Neuanfang eine gute Idee sein könnte? Die anderen wissen nicht, ob du Kopfschmerzen hattest heute oder ob dir vielleicht nur 60% Energie zur Verfügung standen. Also können sie auch nicht besser beurteilen als du, ob du dein Bestes gegeben hast oder nicht. Die anderen wissen auch nicht, was du mit deinem Leben anfangen willst. Also können sie auch alle anderen Entscheidungen, die dich betreffen, niemals besser beurteilen als du. Sie stecken da nämlich einfach nicht drin. Also, bilde dir immer zuerst selbst eine Meinung über dich und was du tust. Und wenn du damit fertig bist, dann frag meinetwegen die anderen. Pack alles, was sie dir dann sagen, in einen großen Sack und öffne ihn, wenn du eine ruhige Minute hast. Schau dir das, was die anderen gesagt haben, in Ruhe an und sortiere aus, was Bullshit ist davon und was du dir eventuell annehmen möchtest. Wer über andere urteilt oder gar herzieht, ist selbst unzufrieden. Immer. Wenn du dein Leben liebst, hast du nämlich was Besseres zu tun, als immer zu glotzen, was andere machen oder nicht machen. Deshalb musst du dich auch niemals vor irgendwem rechtfertigen für Entscheidungen, die du für dich und dein Leben triffst. Wie gesagt, es ist dein Leben und die anderen stecken da nicht drin. Wer keine Ahnung hat, wovon er redet, muss auch mal den Mund halten können. Es gibt Menschen, die stellen nicht nur deine Entscheidungen, Wünsche und Bedürfnisse in Frage, sondern besitzen auch noch die Dreistigkeit, eine Rechtfertigung von dir zu fordern, warum du für dich tust, was du tust. Rechtfertige dich nicht. Niemals. Erstens gibst du damit deinem Gegenüber recht, dass es sich einmischen darf. Zweitens ist es nicht gut für dein Selbstbild, denn dein Unterbewusstsein hört zu und lernt, ich muss mich rechtfertigen vor anderen, ich darf nichts selbst entscheiden. Und das wiederum macht eine unsichere Stimme, und eine Körperhaltung, die sagt, bei mir kannst du dir alles erlauben. Und schon wirst du diese nervigen Großkotze nicht mehr los. Denn die suchen genau solche Menschen mit einer solchen Körperhaltung und einem mickrigen Selbstbild, um ihre eigene Unzufriedenheit an ihnen auszuleben. Und siehe da, wir sind schon wieder beim Mantra der Woche angekommen. Ich bin der Entscheider. Ich wünsche dir viel Mut zum Umsetzen meiner Tipps und viel Kraft, dich den Forderungen und Ansprüchen anderer auch mal zu entziehen. Kein Mensch ist gleich. Es kann also keinen allgemein gültigen Maßstab geben. Nur deinen eigenen, für dein Leben. Mach dich glücklich, nicht nur die anderen. Rotsches Ansatz wird übrigens auch heute noch in der Psychotherapie genutzt. Diese Therapeuten arbeiten unter dem Namen Gesprächspsychotherapie oder klientenzentrierte Psychotherapie. Mir hat sie damals sehr geholfen. Rotsches selbst starb übrigens kurz nachdem er für den Friedensnobelpreis nominiert wurde. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020